Was geht's los? Weißt du, für wen wir dieses Video jetzt machen? Mit Norberts Freund Volker. Weil Volker mit so einem Fahrzeug... Wie viel ist der gefahren, Norbert? Was? Wie viel ist Volker damit gefahren? Deiner, auf jeden Fall die. Ganz viel ist er mit so einem Fahrzeug gefahren. Und wir haben jetzt eine schöne Maiko. Hier Gregor, zeig mal. 17.052 Kilometer. Ganganzeige. Restauriert. Guck mal, hier vorne kannst du gleich zeigen, mit wie viel Luftdruck wir fahren müssen. Es ist alles vorbereitet. Dann wollen wir den Koffer mal starten. Weißt du, wann wir das? Ne,�zeiäää! Koffer.... Mümm W- W- Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020